Guten Tag meine Freunde und herzlich Willkommen zu ner neuen Runde Blank ziehen auf der Toplane Ich hab mich heute mal für nen richtigen Nervidioten entschieden Die Fiora der Gute Und was gehört zu nem richtigen Nervidioten dazu? Standardhaft? Ignite Ignite Da freu ich mich schon richtig Skill in the Q hier kleinmal als erstes Wir müssen hier gegen die Gute ran Wir wissen ja nicht ob das was wird Das war gerade gut Ich bin schon vormal immer gegen die gestorben Das könnte ich hier jetzt nochmal kurz einblenden Hat nie geflasht Wegen scheiß Hyping Schön Das hält mich jetzt nicht davon ab Die Laning Phase zu gewinnen Man Fick Ja Jetzt raus Raus Komm Yes Yes Das war gut Schön Och das freut mich das Matchup gerade zu dominieren Ich dachte das verliere ich komplett Weil einfach Die Kimmel ist Wirst du so Weg Und du am besten Auch noch Cool Schön Also man sieht schon Also wenn der Fiora einmal richtig viel drauf hat Da ist es dann vorbei Für alle Aber für alle die dabei waren Aber für alle die dabei waren Easy Kill habe ich gesagt Schön Die hatten wir auch noch schnell abgerückt So jetzt kommt der Ist es gerade nicht so gut Oh den habe ich Oh den habe ich Oh das war ein Juke Das war ein Juke Meister Niveau Na Ja Wow Oh Oh Das war wieder komplett schlecht Jetzt also an sich Ja gut Semi Ja Problem war jetzt halt Die hatten das Schild Das den Autodeck Damage negiert Das war das Problem Jetzt Aber für Jora Hat einfach die Power Ich habe jetzt zwar übelst wenig Farm Das liegt auch daran Dass ich schon dreimal gestorben bin Aber man hat einfach die Power Zu gewinnen Das sind solche Leckerlis Ich kann nicht ulten Doch kann ich Hab ich geultet Na egal Teamfight gewonnen Ja Jetzt können wir uns den schönen leckeren Tower Hier abholen Da bringen sie mich auch nochmal aufs Geld raus Ich weiß ja alle Schuld von mir Wenn jemand sagt Dass das Game nicht fair gewonnen war So ich guck jetzt mal Ich weiß nicht Es kann sein Dass das nicht reicht Ich muss mal gucken Ob ich noch eins aufnehmen will Aber ich Geh mal auf Advanced Detail The Graves Guckt euchs an Ja fast am meisten Damage Das Game war zwar kurz Aber ich hab's gerissen Ich hatte hier mit Am meisten Wir können uns mal hier kurz angucken Wo ist das So hier Gold earned War nur einer Und das war Lucian Der hat ein bisschen mehr Der hat aber auch ein bisschen Da gilt's mehr Oder gleich viel gilt Aber ein paar CSs mehr Gut das war's Bis zum nächsten Mal Euer Getwarnselt HD Sscht'n 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 Vielen Dank.